Hallo zusammen, heute war ja der große Tag. Das Yamaha Update 2.0 steht zum Download zur Verfügung und es gibt schon jede Menge Erklärungsvideos. Die Jungs von der Musikakademie, die habe ich mir heute morgen bereits um 9 Uhr reingezogen. Also ganz toll, ich habe mein Update auch aufgespielt, wunderbar. Aber dann dachte ich mir, kümmerst du dich mal um dein neues Instrument? Das haben wir mal vor langen Jahren gespielt. Und was stelle ich fest? Was wahrscheinlich so schnell von niemand interpretiert wird, diese Kuglocken gibt es auch im Genus. Und noch viele tolle Sounds mehr. Jede Menge Styles sind neu und das Ganze vollkommen kostenlos. Also, ein Update würde eurem Genus nichts schaden.